Piccolo Picture Books präsentiert eine Serie von besonderen Bilderbüchern für Apple iPad. Fünf verschiedene Sprachen. Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Wunderbare farbige Illustrationen. Mit der Vorlesefunktion können Kinder sich immer wieder selbst beschäftigen. Habt ihr über die Party gehört? Jacob fragte die Giraffe. Natürlich, sagte die Giraffe von oben. Die interaktiven Elemente sorgen für überraschende Effekte. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen eines Bilderbüchs. Piccolo. Immer zur Hand für einen außergewöhnlichen Vorlesen-Moment. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen. Die Serie bietet ein völlig neues Erlebnis beim Lesen.